Heinz Hönig, ein deutscher Schauspieler, geboren am 24. September 1951 in Landsberg am Lech, hat ein buntes Leben erlebt, von großen Erfolgen bis hin zu herzzerreißenden Tragödien. Seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte er 1981 mit der Rolle des Radiofreundes Hinrich in Wolfgang Petersens Film, Das Boot. Seitdem hat Hönig große Erfolge im deutschen Film und Theater erzielt, an vielen namhaften Produktionen mitgewirkt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Hönigs Liebe stieß trotz ihrer Freuden auch auf Schwierigkeiten. Er hatte ein kompliziertes und tragisches Familienleben. Obwohl er an vielen Film- und Fernsehprojekten teilnahm, verlief sein Privatleben nicht immer friedlich und glücklich. Darüber hinaus gab es in Hönigs Leben auch traurige und herausfordernde Zeiten. Schwierigkeiten in seinem Familien- und Privatleben sowie der Druck durch seine Karriere führten zu kompromittierenden Tiefpunkten seines Lebens. Zu den traurigsten Enden zu Beginn einer Karriere können Schmerzen im Privatleben und Enttäuschungen in der Liebe gehören. Trotz seiner vielen beruflichen Erfolge stand Hönig auch vor vielen Herausforderungen und herzzerreißenden Momenten. Doch durch Geduld, Einsatz und Talent glänzt Hönig immer noch in der Unterhaltungsbranche und hinterlässt einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums. Hönig, ein talentierter und gebildeter Schauspieler, überwand die Schwierigkeiten seines Lebens und wurde einer der Topstars des deutschen Kinos. Seine Karriere hat viele Höhen und Tiefen erlebt, aber seine Leidenschaft und Entschlossenheit haben ihm geholfen, alle Hindernisse zu überwinden. Obwohl Hönigs Privatleben mit vielen Ereignissen und Schwierigkeiten konfrontiert war, setzte er seine Leidenschaft für die Schauspielerei fort und lieferte beeindruckende Leistungen auf der Bühne und auf der Leinwand ab. Mit mehr als 140 Film- und Fernseharbeiten hat er einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Das Leben und die Karriere von Hönig ist eine herausfordernde Reise, aber auch eine Geschichte von Stärke, Geduld und starkem Willen. Er ist ein leuchtendes Beispiel für die Überwindung von Schwierigkeiten und die Fortsetzung seines eingeschlagenen Weges, um ein großartiger Künstler zu werden, der von Fans auf der ganzen Welt bewundert wird. Heinz Hönig war im Laufe seines Lebens und seiner Karriere nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein freundlicher und mitfühlender Mensch. Er hat an vielen Wohltätigkeitsaktivitäten teilgenommen und zu sozialen Projekten beigetragen, um Bedürftigen zu helfen. Neben seiner künstlerischen Karriere beteiligte sich Hönig auch an gesellschaftlichen und wohltätigen Aktivitäten. Er hat viele Projekte durchgeführt, um Wohltätigkeitsorganisationen und bedürftige Gemeinden zu unterstützen. Von der Teilnahme an Spendenaktionen für unter Armut leidende Kinder bis hin zur Unterstützung von Opfern von Naturkatastrophen hat Hönig stets einen humanistischen Geist und ist bereit, seinen Mitmenschen zu helfen. Mit einer Kombination aus künstlerischem Talent und Mitgefühl hinterließ Hönig nicht nur seine Spuren in der Unterhaltungsindustrie, sondern wurde auch zu einem Symbol für Empathie und Unterstützung für die Gemeinschaft. Das macht ihn nicht nur auf dem Gebiet der Kunst zu einem bewundernswerten Menschen, sondern auch in den Herzen der Hilfsbedürftigen. Heinz Hönig ist nicht nur ein Schauspieler mit einer erfolgreichen Karriere, sondern auch ein Mensch mit hohem Mitgefühl und sozialem Geist. Er zeigt stets Sorge und Unterstützung für diejenigen, die im Leben Schwierigkeiten haben. Hönigs gemeinnütziges und soziales Engagement beschränkt sich nicht nur auf Deutschland, sondern erstreckt sich auch auf viele Teile der Welt. Er hat an internationalen Projekten teilgenommen, um Entwicklungsregionen zu unterstützen und Menschen in Not zu helfen, vom Aufbau grundlegender kommunaler Infrastruktur bis hin zur Bereitstellung medizinischer, wirtschaftlicher und pädagogischer Dienstleistungen. Mit seinem Mitgefühl und seiner Freundlichkeit inspirierte Heinz Hönig viele andere und etablierte seine Rolle nicht nur als Schauspieler, sondern auch als gesellschaftlicher Anführer. Er hat bewiesen, dass neben einer künstlerischen Karriere auch der Beitrag zur Gesellschaft und die Hilfe für andere ein wichtiger Teil des Lebens ist, den jeder von uns leisten kann. Heinz Hönig ist weiterhin ein Symbol für Mitgefühl und Fürsorge für die Gemeinschaft, nicht nur in seinem Privatleben, sondern auch durch seine Beiträge zu Wohltätigkeitsorganisationen und sozialen Aktivitäten. Er widmet seine Zeit und sein Talent nicht nur der Hilfe für Bedürftige, sondern fördert auch das Bewusstsein für soziale und ökologische Belange. Hönig verbreitet durch Wohltätigkeits- und Spendenaktivitäten ständig die Botschaft der Liebe und des Teilens. Er nimmt häufig an Spendenaktionen und Wohltätigkeitsveranstaltungen teil, um Organisationen und Projekte zu unterstützen, die Bedürftigen helfen. Dank seiner Unterstützung und der seiner Fans konnten viele wichtige Projekte durchgeführt und Tausende von Menschen gerettet und ihr Leben verbessert werden. Darüber hinaus ist Hönig auch ein engagierter Umweltschützer und beteiligt sich regelmäßig an Umweltschutzaktivitäten und Kampagnen. Er ist davon überzeugt, dass der Schutz und die Erhaltung der Umwelt nicht nur in der Verantwortung der Regierung und von Organisationen liegt, sondern auch in der Verantwortung der Regierung und von Organisationen liegt. Sie verhielt sich schon seit Tagen seltsam und ich konnte es einfach nicht einordnen. Als ich sie wegschleichen sah, folgte ich ihr in einem sicheren Abstand. Ich machte mir Sorgen um eine schwangere Frau, die ganz allein in den Wald geht. Ich sah sie in der Nähe des großen Baumes stehen, an dem sich der Wanderweg teilt. Sie stand einfach nur da und ich wollte gerade gehen, als ich den Mann sah. Es war klar, dass er aus der Stadt kam. Sie sprachen miteinander, aber ich konnte kein Wort verstehen. Das ging zwei Wochen lang, jeden Abend so weiter. Ich folgte ihr jedes Mal, aber vor einer Woche schaffte sie es, sich zu verdrücken, ohne dass ich es sah. Da war sie für vier Tage verschwunden. Als sie ins Dorf zurückkam, stellte ich fest, dass sie ihr Baby woanders hatte. Aber niemand wusste, was mit ihrem Kind geschehen war. Sie wollte nicht mit uns reden. Mir wurde klar, dass Ruella weiterhin in den Wald ging, aber jetzt ging sie nachts. Ich folgte ihr weiter und beobachtete, wie sie sich mit einem Mann traf. Eines Nachts reichte er ihr ein Bündel in einer Decke und sie hielt es dicht an ihrer Brust. Ich schlich mich näher heran und dann sah ich, was sie in der Hand hielt. Es war eine seltsame Kreatur. Es war völlig still, aber in diesem Moment wurde mir klar, Ruella hatte einen Wehrwolf zur Welt gebracht. Ungläubige Rufe halten durch die Luft. Es war, als ob jeder im Dorf die Kreatur selbst gesehen hätte. Die abergläubische Kultur dieses Stammes ließ wenig Raum für rationales Denken. Allein durch die Aussage von Amarella bestätigten verschiedene Stimmen, dass Ruella einen Wehrwolf auf die Welt gebracht hatte und ihn im Wald versteckte. Das erklärte, warum die junge Frau nirgendwo zu finden war. Ihr Verschwinden war so gut wie ein Schuldeingeständnis. Es half Ruellas Fall nicht viel, dass niemand wusste, wer der Vater ihres Babys war. Ruella war noch nicht bereit zu heiraten und wies die Aufmerksamkeit aller jungen Männer im Dorf zurück. Mit der Zeit merkten die älteren Frauen, dass sie schwanger war. Obwohl sie sie ausfragten und unter Druck setzten, konnte niemand sie dazu bringen, den Vater ihres Kindes zu verraten. Als Marco den vertrauten Fußweg entlang ging, den er als Kind so gut kannte, wurde er von einem Gefühl der Nostalgie erfüllt. Dies im abgelegenen Dorf aufgewachsen zu sein, weckte schöne Erinnerungen. Er und seine Freunde hatten stundenlang im Wald gespielt, bis ein Dorfältester sagte, er habe einen Wehrwolf herumlaufen sehen. Daraufhin wurde den Kindern sofort verboten, an ihren Lieblingsplätzen zu spielen. Ein paar Mal schließt sich Marco heimlich in den Wald. Wenn es wirklich einen Wehrwolf gab, wollte er ihn...